Hoi Christian, schön, dass du wieder mal hier in Happenzell bist. Grüezi Angelo, vielen herzlichen Dank für deine Einladung. Und jetzt bin ich gespannt, was du mir heute zeigen willst. Ja, Christian, ich habe die brandneue M3 und M4 hier. Ja, super. Perfekt. Ich wollte mich schon lange mal anschauen. Da können wir uns den Standby gleich live sehen. Das sehen wir live. Komm mit und lass dich festzumieren. Ich freue mich sehr gut. So Angelo, auf geht's! Wow, das ist jetzt mal ein Hammer Fahrzeug. Das sieht ja mega gut aus. Ich bin beeindruckt. Ja, Christian. Auch deine drei sehen hammermässig aus. Hier gibt es eine Rechte, eine Bike-Fartige Pfanne. Sehr, sehr gut. Ab jetzt in unserem Showroom in Happenzell. Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich festzumieren. Jetzt haben Fahrzeug Mönder gesehen. Dicks, ich bin beeindruckt. Oh, wir schauen. Ich bin beeindruckt. Hısı. Du.